Servus liebe Head-Head-Community, natürlich auch alle Rav Camorra-Fans und Benjamin Hadrigan-Sympathisanten. Wir sind heute hier in der Vorlaufstraße im T3-Podcast-Studio und begrüßen einen besonderen Gast. Benjamin, stell dich gerne mal vor. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Benjamin Hadrigan. Ich bin der Gründer von der Lehrerbewertungs-App Lehrensieg. Wie schon gesagt, man kann Lehrer bewerten. Wir haben in Österreich rund eine halbe Million Downloads, eine Million Bewertungen von Lehrern. Und es gibt es seit 2019 als GmbH, davor als Einzelunternehmen von mir, mit 17 Jahren gegründet. Und ja, habe ein neues Buch geschrieben, Hashtag Startup Gründen ohne Bullshit. Weil es mir persönlich ein Anliegen ist, ein bisschen mit den ganzen Startup-Mythen aufzuräumen und ein klares Bild zu zeigen und auch vor den Gefahren zu warnen, was man als Gründer alles beachten muss, um eben keine systemrelevanten Fehler zu machen. Jetzt haben wir eigentlich die Karriere schon durch. Die können wir lassen für den Rest des Podcasts und nur über dich reden. Aber ganz spannend. Ich frage dich, dass du dich vorstellst und du redest eigentlich nur über deine Karriere und deine Unternehmen. Erzähl mir mal ein bisschen was über den Benjamin. Du kommst aus Kloster Neuburg, so viel weiß ich. Unterstufe braucht man nicht unbedingt zitieren, aber wie ist es dann weitergegangen? Weil ab da wird es ja mit dir schon spannend. Ja, ich habe also Kloster Neuburg geboren und in Wien aufgewachsen. Und ja, also ich bin in ein normales Gymnasium gegangen. Meine Eltern sind jetzt keine Unternehmer-Eltern. Aber ich habe schon früh angefangen mit dem Ganzen. Ich habe schon mit 14 den eigenen Online-Shop gehabt. Habe so eigene Mode designt und verkauft. So Dropshipping, Shopify-Shop. Habe dann die ersten Umsätze gemacht, während ich in der Schule gesessen bin. Habe ich mir damals schon gedacht, gut, die werden jetzt die Umsatz des Pitaros. Aber da mache ich den Umsatz. Also irgendwo möchte ich eher in die Richtung gehen des Unternehmertums. Und ja, dann habe ich auch Wirtschaftsrecht schon frühzeitig begonnen zu studieren. Wurde dann Schulprecher. Habe dann das Wahlversprechen gehabt. Ja, jetzt bewerten wir die Lehrer mal. Dann wurde ich gewählt. Dann wurde es mir verboten. Long story short, so kam dann die Idee zur App. Und privat fahre ich gerne Rennrad, gehe gerne essen. Ja, solche Sachen halt. Wenn man dich googelt, hört man diese Geschichte immer wieder. Liest sie auch erstaunlich oft. Mit 15 Wirtschaftsrecht nebenbei studieren. Da habe ich nirgendwo Informationen zu bekommen. Erzähl einmal ein bisschen was davon. Wir haben ja doch einige smarte Knöpfe auch uns Zuhörer und Zuseher. Wie ist denn das gekommen? Du kannst auch schon mit elf studieren. Das geht durch ein außerordentliches Studium. Das heißt, du inskribierst dich außerordentlich. Und jede Prüfung, die du schreibst, wird dir angerechnet nach der Matura. Und mein Ziel war es eigentlich, ich habe weder Matura noch Studium fertig gemacht. Ich habe dann abgebrochen die Schule. Habe mein erstes Buch geschrieben, dann die App. Und mein Ziel war eigentlich damals, so viel Wissen anzueignen über Wirtschaft und Recht, wie nur möglich. Ich gehe heute noch gerne in Vorlesungen, auch wenn ich keine Prüfung schreibe. Also ich liebe es, Wissen zu haben und Wissen mir anzueignen von Profis. Und habe das aus Spaß gemacht, eigentlich in der Prüfung geschrieben. Und so war das dann. Die ersten unternehmerischen Sporen, die man findet zu dir, ist Betterman Fashion. Da warst du auch im Fernsehen als jüngster Designer und Modeschöpfer Österreichs. Du musst selber lachen. Du hast dich aber damals schon erstaunlich reif präsentiert und die Leute haben die Geschichte gefeiert. Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu gekommen ist. Ich nehme an, es war ein Dropshipping-Shopify-Store. Und eigentlich das Philipplein für Arme. Alle selbst Design-Shop selber gemacht, die PR selber gemacht. Habe die Journalisten so lange angerufen, bis sie so genervt, dass sie mich interviewt haben. Und war dann auch, glaube ich, bei Pulsier oder sowas. Und habe dann wirklich aber auch Umsatz gemacht. Und habe dann schon gesehen, ja, du bist finanziell frei, wenn du wirklich schläfst und aufwachst. Und du Bestellungen aus Deutschland, aus New York und so weiter hast. Und du die Leute nicht kennst. Und das ist ein Gefühl, das kann man kaum beschreiben. Und dann zu denken, naja, wenn du zehn T-Shirts pro Woche zum Beispiel, es waren nicht so viele Verkäufe, aber es ist immer mehr geworden, sukzessive. Und wenn du dann siehst, ja, du kannst zehn T-Shirts verkaufen, dann kannst du vielleicht auch hundert oder tausend oder zehntausend verkaufen. Also das ist ja da, von der Skalierbarkeit geht es nach oben. Und dann habe ich damals schon gewusst, nein, ich möchte nicht Anwalt werden, ich möchte nicht Arzt. Ich möchte irgendwas machen, wo man im Schlaf Geld verdienen kann und wo man frei ist. Wo man wirklich das macht, was man will, ohne irgendjemand eine Rechenschaft ablegen zu müssen. Und das war, dann habe ich eigentlich dann lange das gehabt. Dann kam mein erstes Buch, dann habe ich immer gesagt, na, da augen mir jetzt nicht mehr so Designing und so diese ganzen mühsamen Bestellabläufe und hin und her. Und dann habe ich dann die Lehrerbewertungs-App rausgehauen. Sehr schön. Genau, du hast dann schon weitererzählt. Das Ziel ist der Weg war der ursprüngliche Name von deinem Lernbuch, das so auch als Manuskript existiert hat. Aber live gegangen ist am Lernsieg. Gut recherchiert. Eine schöne Geschichte, der Name klingt in den meisten Ohren. Es war ursprünglich ein Buch und ist dann zur App geworden. Erzähl mal ein bisschen über diese Idee bitte, weil das war ja eigentlich dann dein großer Durchbruch, kann man sagen. Ja, es hat mich selbst erstaunt, wie viel Interesse es da gab. Ich war damals 17, also noch recht jung und noch recht naiv, muss man sagen. Also ich bin da mit einer Erwartungshaltung reingegangen, so ja, mache ich halt mal, haue ich mal raus und dann berichten vielleicht wie beim ersten Buch, weiß nicht, die Bezirkszeitung und so. Und dann war die Pressekonferenz überfüllt mit Süddeutsche, Bild-Zeitung, alle Journalisten sind eingeflogen und dann bin ich dort gesessen und dann haben wir da auch noch Servus. Und das wird doch ein bisschen bekannter als das Buch. Das kann dann ganz natürlich irgendwie, also durch den Verlag so, habe ich dann durch das Buch Investoren kennengelernt. Die haben dann gesagt, ja gut, wenn er mit 17 Buch schreiben kann, wäre vielleicht ein Investment auch nicht so deppert in die Firma und so weiter. Und so ist das dann sukzessive gegangen. Dann habe ich mir PR-Berater reingeholt, strategische Berater, Investoren, die rein Cash investiert haben. Und dann ist das irgendwie gewachsen und gewachsen. Dann haben wir Umsätze gemacht über Werbeverkäufe. und dann waren wir eben lange vor Gericht. Wir wurden ja verklagt von der Lehrergewerkschaft. Drei Jahre waren wir vor Gericht. Ich privat wurde ja auch verklagt. Das darf ich ja noch immer vor. Also die haben mir wirklich das Tier gehabt, mich in die private Insolvenz zu treiben durch diese massiven Klagen. Also wir haben vier Zivilklagen gehabt, die alle eigentlich gleich waren. Also Slapstick-Klagen und 40 Verfahren bei der Datenschutzbehörde. Alle auf mich privat und die Firma. Und wir haben im ersten Jahr, glaube ich, schon so 300.000, 200.000 Euro ausgegeben, nur für Anwälte. Es gab eine halbe Million Euro circa. Und dann haben wir eben drei Jahre vor Gericht. Und haben auch teilweise, einmal haben wir verlangt beim OLG. Das war schon recht schlimm. Und dann beim OGH, in der letzten Instanz, haben wir gewonnen. Also wir haben die Judikatur erschaffen in Österreich, dass Schüler ihre Lehrer per Gesetz quasi bewerten dürfen. Das war bildungspolitisch ein Meilenstein. Das hat kein Politiker geschafft, die letzten Jahrhunderte, sowas durchzusetzen und dafür einzustehen. Also das war schon was Wichtiges, dass das wirklich festgehalten wird und keine Grauzone mehr ist. Schüler dürfen das. Und andere Firmen, darauf freuen wir uns auf Konkurrenz, dürfen das auch machen jetzt. Ohne Bedenken. Die können eine Lehrerbewertung machen. Das hat mich dann sehr gefreut natürlich nach so vielen Jahren. Was mich interessiert und was ich sehr spannend finde, ist, wie bist du schon in so jungen Jahren dazu gekommen, dass du aus der Idee Wirklichkeit machst? Kurzer Zusatz dazu. Viele junge Leute haben super tolle Ideen. Jeder Mensch hat gute Ideen. Und es fehlt aber total an der Umsetzung. Irgendwann hast du 100 Ideen auf deiner Notizen-App im iPhone, aber kein einziger umgesetzt. Dann drückst du weiter die Schulbank oder bist auf der Uni und veratisierst dich zu Tode. Ich persönlich bin eher der, der im Messer zwischen den Zähnen losrennt, wenn er eine Idee hat und die dann aber schnell auch irgendwann wieder verwirft, wenn er anrennt. Aber ich bin ja extrem gern am Machen. Wie hast du damals mit 17, 18 Jahren schon getickt, dass du so schnell Buch, App und so weiter umgesetzt hast? Ja, dem Junge, ich würde euch eh ein bisschen raten, vom Gas zu gehen. Es ist manchmal besser, den Vertrag zweimal zu lesen als schnell, schnell. Und generell sage ich immer, Vertrauen ist gut, Verträge sind besser. Und grundsätzlich, wie war ich oder wie bin ich noch immer heute? Ich glaube, ich bin mir recht loyal und treu geblieben. Ich sehe das Leben als recht begrenzt. Und wenn wir sagen, wir werden alle 80 Jahre circa, ich bin jetzt 20, dann sind 25 Prozent des Lebens verlebt. 25 Prozent, das ist nochmal 25, sind wir bei der Hälfte schon. Und das geht alles so schnell und in dieser kurzen Zeit hat man die Chance des Lebens, dass man was bewegen kann, dass man was verändern kann, dass man Menschen erreichen kann, dass man Bücher schreibt, dass man eine Firma gründet, dass man einen Podcast macht, was auch immer. Irgendwas, was einem Spaß macht. Und ich glaube, das Schlimmste wäre, wie das viele Menschen machen, in einem angestellten Job, den man nicht mag. Nichts dagegen, wenn man angestellt wird. Wenn man es mag und aufgeht, super. Aber in einem angestellten Job zu versauen, den man nicht mag und für einen Arschloch-Chef quasi zu arbeiten und dann irgendwann in Pension zu gehen und dann quasi noch zehn Jahre mit Rückenproblemen und weiß nicht, in der falschen Hüfte herumzuleben. Also das muss doch dermaßen schlimm sein. Und da wundert es mich nicht, dass die meisten alten Menschen ein bisschen verbittert sind. Und da habe ich mir immer gedacht, als wenn ich so dermaßen scheiter, als es in die Insolvenz geht und weiß ich nicht was und noch einen Shitstorm und keine Ahnung was, habe ich es wenigstens mich getraut und habe es probiert. Dann schreibe ich halt zehn Bücher noch darüber. Er ist auch am Ende der Outcome gut. Und fertig. Und tun, wie du das sagst, mit dem Messer zwischen den Zähnen, ist immer besser, als lange Businesspläne zu schreiben und dann nie was umzusetzen. Also ich kenne den ein oder anderen WU-Student, der denkt, sehr arrogante Grundhaltung und de facto umgesetzt hat er noch gar nichts. Aber kann dir, weiß ich nicht, Businessplan, Valuation, weiß ich nicht, Downfloor, herumwerfen mit irgendwelchen Begriffen und de facto kann er nichts auf den Boden bringen. Und ich glaube, Menschen, weiß ich nicht, die die Schule abbrechen, die irgendwas verändern wollen, das sind eh die coolsten, meiner Meinung nach. Also es ist erstaunlich, das sagt absolut jeder Podcast, den wir haben und das sind erfolgreiche Unternehmer, in jeder Altersgasse, jeden Geschlechts, was auch immer. Jeder sagt, machen, scheiß auf den Titel, mach dein Ding, selbst nur einmal und die Erfahrungen als Unternehmer und in der Selbstständigkeit sind zehnmal mehr wert und schneller als in irgendeiner Theorie, in der man sich festfährt. Das heißt, die App lernt sich damals, hat ein Freund programmiert, der programmieren hat können und das nicht mit ihm auf ein Backel gehabt oder haben wir es den Investoren finanziert und das jetzt mit einer Agentur ins Bett gegangen? Leider nicht, wir sind mit einer Agentur ins Bett gegangen, wie du es gesagt hast. Gefährlich. Das ist total gefährlich. Wir waren bei einer App-Firma, es war extrem teuer, die Leistung war so la la. Generell rate ich jetzt mit Leuten auch in Buga, generell outsourcing gleich zu Beginn ist eher eine schwierige Sache. Außer du bist eine Kylie Jenner und hast so viel Geld, dass es auch schon wurscht ist und hast so eine Reichweite, dass es eh alles wieder reinkommt. Aber so als Unternehmen würde ich nicht outsourcen, ich würde die Kernkompetenz in diesem Unternehmen holen. Hätte ich nach einem Freund gesucht oder nach einem Bekannten oder Partner, was auch immer, hätte ich ihn beteiligt und der hat das programmiert. Jetzt derzeit suchen wir eh nach neuen Programmierern, auch für die neue Plattform, die wir gerade bauen. Und ja, also es war eine Agentur, die hat wahnsinnig viel Geld verlangt, Investoren haben es bezahlt und dann kam halt die App irgendwie am Boden. Kann ich nur zustimmen. Wir hatten gestern die Julia Wawrik, CEO von Puck Immobilien Services App, die digitalisieren die Hausverwaltung und die haben auch mit einer Agentur begonnen. Welcher? Oder einem White Label Deal, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht, hat sie nicht genannt, ist auch jetzt nicht so wichtig, aber sie arbeiten jetzt daran, das Produkt ins Haus zu holen und auch zu uniformieren, weil sie sich zusammengestückelt hat. Das war ihr Statement. Und ja, dementsprechend du teilst diese Erfahrung und es ist halt schwierig, einen technischen Co-Founder zu finden, einerseits. Andererseits, wenn man an die TU geht, bereit ist, ein junges Talent auch zu riskieren, in dem Sinne, dass auch am Anfang mal was schief geht, dann kann man sicher Success-Stories schreiben und sich diesen Hustle sparen, sage ich mal. Absolut. Und generell rate ich auch eher, solange es geht, mit Webseiten zu arbeiten, weil die kann man meistens auch selber machen heutzutage. Es gibt auch immer mehr Anbieter, die auch Apps, wo man sie mit Baukasten-Apps sich da selber machen kann. Finde ich auch ein total interessantes Gebiet. Da bin ich gerade Beta-Tester bei einem coolen Startup. Also die Appchen werden es eh in Zukunft immer schwerer haben, genauso wie Website-Entwickler. Wenn man sich schon so individualisiert bei Website-Anbietern eine Website zusammenbauen kann, selber, mit ein bisschen Zeit, ist das total super und das ist viel kostensparender und du kannst sehr schnell ein Proof of Concept haben oder sehr schnell eben sehen, ob es klappt oder nicht. Oft reicht ja mal eine Website mit einer Anwendeliste und eine PR dazu, dass es das jetzt gibt und dann siehst du eh, wie viel kommt. Fertig. Agree. Also Landingpage oder eine kleine Demo oder vielleicht eine No-Code-MVP, dass man sich relativ schnell mit No-Code-Bildern bauen kann und dann Sales Calls und schauen, ob man ein Problem löst, ob die Kunden das überhaupt wollen. Habe ich auch schon besprochen. Ich glaube, mit dem Eric Weiß das letzte Mal, Gründer von Circle, dass ich selber einige Startups kenne, die sechsstellige Summen verbraten haben, weil sie am Ende einen Verbraucher vorbei entwickelt haben und irrsinnig viel in das Development investiert haben und dann ein Produkt gelauncht haben, auf das keiner gewartet hat und den Markt nicht getroffen hat. Absolut, das schreibe ich auch in dem Buch eben, dass man immer mit dem Kunden anfangen muss und das meine ich aber wirklich direkt. Du gehst zum Kunden und fragst ihn, wenn das Produkt auf der Welt wäre, würdest du das haben? Und wenn er dann total begeistert ist, sag ich, dann unterschreibe halt mal das, die Zusage, dass du dann das auch kaufst. Fertig. Dann kannst du schon zukünftigen Umsatz in der Mappe haben und zu investieren und sagen, hey Leute, Firma ist quasi schon profitabel, mehr oder weniger. Es muss nur noch umgesetzt werden und das ist das, hätten wir das gemacht, wären wir wahrscheinlich draufgekommen, eine Website wäre auch in Ordnung, Lehrerwörtungswebsite. Hätten wir uns viel gespart, hätten wir selber bauen können, hätten wir viel mehr Spielraum gehabt und so weiter. Also im Nachhinein ist es immer gescheiter. Ich sage mal, der App-Hype ist eh ein bisschen over, also Web-Apps sind alle viel beliebter und saß in Web-Apps. Kurze Anekdote noch zu Umsatzabtag 0, wir haben PocoCode gebootstrapped und waren ab Tag 1 profitabel, weil wir durch einen Pre-Sale und einer guten Landingpage und einem guten Storytelling sofort die Pre-Orders zu einem vergünstigten Preis einbekommen haben. Also auch hier stimme ich dir gerne zu. So, machen wir ein bisschen einen Sprung, Benjamin. Ich habe mir heute die LernSieg-App natürlich runtergeladen. Wir hast wenig gesehen haben. Bitte? Wir hast wenig gesehen haben. Ich habe wenig gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil ich habe mir gedacht, okay, die Basic Functionalities werden da sein und die App funktioniert noch, gibt es noch. Du hast deine E-Mail auf den LernSieg-Domain, ohne dir jetzt zu blicken und bist weiterhin LernSieg-CEO und auch überwiegender Mehrheitseigentümer. Was ist los mit der App? Arbeitest du im nächsten Produkt? Ist das Projekt für dich nicht mehr Fokus? Wir arbeiten, wir warten gerade auf den Kostenersatz vom Gericht. Also wir haben ja da, kriegen ja viel Geld jetzt zurück, auch von den Lehrern, die uns verklagt haben. Einerseits die Komponente, also das Geld und zweitens arbeiten wir gerade an einer neuen Plattform, die auch eine Nachhilfeplattform sein soll, mehr oder weniger, mit der Lehrerbewertung kombiniert und da suchen wir zurzeit auch Programmierer. Gute Talente ist auch ein total schwieriges Thema. Finde mal einen guten Programmierer, der kein Vermögen verlangt und nicht schon bei Konzernen arbeitet im Ausland. Also da braucht man auch eine intrinsische Motivation. Da haben wir jetzt eh schon ein paar Gute bei der Hand, die bauen auch schon MVP und so weiter und wir suchen natürlich immer nach neuen Leuten auch, weil es auch sehr viele Fluktuation logischerweise im Startup gibt und ja, also jetzt zurzeit wird die Version quasi irgendwann mal offline gehen und eine neue kommen und ja, darauf freuen wir uns. Wie motivierst du die jungen Talente, dass sie für dich oder mit dir arbeiten? Ist das Vested Equity, Sharesabtag Null oder keilst du die mit der Vision und mit dem coolen Arbeitsumfeld? Oft habe ich mitbekommen, dass junge Programmierer, besonders noch relativ junge, als oft wirklich mehr interessiert, wofür sie arbeiten, als wie viel Geld sie dafür bekommen. Schwierig auch die zu finden, aber man findet sie, wenn man will und dass es Lehrerbewertungen gibt, finden die meisten Programmierer gut, weil die oft in der Schule vielleicht nicht die sozialsten Leute waren und auch Probleme hatten, wie auch die meisten Unternehmer eigentlich mit solchen starren Systemen Probleme haben und das motiviert sie dann schon sehr, wenn sie wissen, okay, sie bauen da jetzt etwas, wo Demokratie ist, wo sie Lehrer bewerten können und so weiter, auch mit Nachhilfe, total interessantes Thema und ja, es geht viel um das Ziel quasi, was da erreicht werden soll und da natürlich stille Beteiligungen und so weiter, also kann man ja viel machen. Treue Handschaften zum Beispiel, habe ich selber erfahren damit, ist ein solides Mittel, um in der österreichischen Bürokratie nicht unterzugehen und trotzdem zweckmäßige Feinbarungen zu treffen. Über die Online-Nachhilfe-Feature hast du schon 2020 und Florian Kosch hat geplaudert. Wenn ihr es damals gelauncht hättet, wäret ihr vielleicht heute das Go-Student, kann man vielleicht so salopp sagen, weil ihr die Covid-Pandemie vielleicht virtuell komplett mitgenommen hättet. Wie denkst du darüber? Ist der Zug abgefahren? Ist es jetzt timing-wise unlucky oder gibst du darauf gar keine Acht, weil du eh ein Problem löst und diese Lösung wird gebraucht werden? Das, was ich damals im Interview, das war eine andere Art von Nachhilfe, da war ein anderes Produkt eigentlich und wir sind eigentlich genau durch Go-Student auf was draufgekommen, was am Markt fehlt, haben auch mit Eltern gesprochen, die dort Kunden waren und so weiter und so fort. Sehr beachtlich, was die beiden Burschen da aufgebaut haben. Felix Oswald und Gregor Müller, ja. So ist es. Und nein, es ist eigentlich gar nicht, ich würde gar nicht sagen, dass wir der direkte Konkurrenz eigentlich sind, das ist aber ein ganz anderer Aspekt von Nachhilfe und ja, mehr dann sobald es endlich draußen ist. Na, wer weiß, vielleicht schnupfen soll ich ja dann in ein, zwei Jahren. Das sehen wir ja. Die sind ja auch auf Expansionskurs und kaufen sehr gerne an, sage ich jetzt mal. Gut, Lernsieg, die App, ein riesen Erfolg, 200.000 Downloads, die Zahl kennen wir. 500.000. 500.000 mittlerweile, okay, 200.000 waren es damals. Investoren reingeholt, Ads geschalten, trotzdem Zeit gefunden, im Februar 2021 Talentkiller zu schreiben und zu veröffentlichen. Willst du noch irgendwas zu dem Buch erzählen oder war das für dich ein Zeitprojekt und du bist schon wieder so weit weiter galoppiert, dass man dem nicht so viel Aufmerksamkeit checken muss? Das war für mich, Bücher schreibe ich, weil es mir Spaß macht. Ich schreibe das recht schnell, mir macht es Spaß zu schreiben, mir macht es Spaß, Rückmeldungen zu bekommen und mir macht es Spaß, halt irgendwas zu schreiben, was länger bleibt als man selbst. Und das, irgendwie habe ich das neue Projekt direkt Startup geschrieben. Ja. Hoffe, dass der eine oder andere Gründer den einen oder anderen Fehler nicht macht. Es gibt viele junge Leute, die gern irgendwann einmal ein Buch schreiben wollen. Ich kenne sehr viele, die mit dem Gedanken liebäugeln, ähnlich wie mit dem Gründen. Ich selber habe ein Buch geschrieben, ich habe es noch nicht veröffentlicht. Wie bist du an den Prozess des Schreibens reingegangen und dann des Veröffentlichens? Kurzer Zusatz, Verleger kriegen tausende von Manuskripte jedes Jahr, es ist ein Haifischbecken, die wenigsten werden veröffentlicht und man kriegt nur die Success Stories mit, aber die meisten Bücher sind ein Flop. Wie würdest du hier darüber erzählen und was würdest du empfehlen? Das durchfühltige österreichische Buch verkauft sich genau 500 Mal wie nix. Ja. Und die meisten Verlage zahlen keine Vorschüsse mehr, die meisten Verlage sind nicht sehr loyal ihren Autoren gegenüber. Ich habe jetzt selbst eine neue GmbH gegründet, Semperfi Verlags GmbH, wo wir uns um Ghostwriting, um Autorenmanagement quasi kümmern und halt kreative Dinge umsetzen und das Wort Semperfi kommt ja vom Lateinischen, nämlich immer fidelius, immer treu, weil wir einfach sehen, dass es nicht Sinn macht, Autoren, Talente, kreative Leute medial zu verbrennen, dann einmal 10.000 Bücher zu verkaufen und dann ist er so fertig, dass er in der Psychiatrie liegt und kein neues Buch mehr schreibt. Es bringt nichts, es bringt niemandem was. Es sollte eher nachhaltig aufgebaut werden, gut qualitative Bücher anstatt eine wahnsinnige große Menge an Büchern jedes Jahr rauszuhauen und ich war bis jetzt bei den Verlagen, also der jetzige ist auch recht cool unterwegs, bei dem ich bin, beim Goldeck Verlag und sonst, ja, wie man das macht, ich habe da eine Strategie, ich mache immer zuerst das Inhaltsverzeichnis, dann fülle ich es mit dem Wissen, weiß, okay, 250.000 Zeichen muss man irgendwie haben, dann dividiere ich das durch das Inhaltsverzeichnis und dann hast du irgendwie, weißt du, okay, pro Kapitel musst du circa so viel schreiben oder mal mehr und dann kompensiert sie es und dann musst du halt überlegen, ob es sich ausgeht oder nicht, dickes Buch, dünnes Buch und bei der Verlagssuche war es eigentlich bis jetzt immer einfach, du musst das Buch gut vermarkten können und ich glaube, bei den meisten Autoren scheitert es daran, dass sie sehr emotional bei der Sache sind und bei Kritik gleich das sehr persönlich nehmen, weil sie eben Künstler sind, muss man auch verstehen, die haben das geschrieben, die haben Erwartungen, die wollen damit auch Geld verdienen, die haben Rechnungen zu bezahlen, die haben keine Medienerfahrung, teilweise sind sie sehr jung oder eben auch nicht und die wollen halt auch etwas bewirken und da muss man halt sich schauen, wie man das Buch eventuell abändern kann, dass es auch für die Medienwelt passt, dass man da auch eine gute Story dahinter hat von der Storyline, total wichtig, viel wichtiger als der Inhalt. Ein Buch ist etwas, was der Kunde kauft anhand des Covers, sagen wir uns ehrlich, es ist wissenschaftlich bewiesen. Die Kaufentscheidung beim Talia, wenn du dort stehst, triffst du anhand des Covers und höchstens vielleicht, was hinten noch steht am Buch. Das heißt, der Inhalt und die wenigsten Leute schicken ein Buch zurück. Der Inhalt ist gar nicht so relevant für den Kunden. Natürlich versucht man die besten gute Qualität zu liefern und wir arbeiten auch mit coolen Lektoren und so weiter zusammen, aber wichtig ist einfach, dass man da auf derselben Welle ist mit dem Autor, dass das PR-technisch dann noch passt. Das beste Buch, egal wie gut der Inhalt ist, bringt nichts, wenn niemand drüber schreibt und es niemand kauft. Ich habe mich mit der Katharina Roggenhofer über das Thema unterhalten, Österreicherin des Jahres, ich glaube 2020, vielleicht 21. Die hat sich eine digitale Auszeit genommen, ähnlich das, was du beschrieben hast und nachdem sie ihr Buch fertig gemacht hat, dieses Leben nicht mehr gewollt hat, weil sie jeden Tag in der Öffentlichkeit war, ständig Statements zu allem abgeben musste und so weiter. Die haben sie leider noch nicht für einen Podcast gewinnen können, aber die hat das auch sehr ähnlich geschildert, auch deine Erfahrung, wie mit Autoren umgegangen wird, vor allem, dass Verleger einfach im Marketing schlecht sind, also Social Media und so weiter, ganz schwach, aber natürlich das Netzwerk zu den Buchhandlungen haben, das Distribuieren in den Handel und eine PR-Mitteilung machen und eine Pressekonferenz organisieren. Das ist eigentlich die Upside, die Downside ist, die Vermarktung ist schlecht und für die Verleger ist es next. Ich bin immer wieder schockiert über die Vermarktungen und wie wenig eigentlich getan wird und wie viel der Verlag eigentlich dafür kriegt. Wir haben teilweise 50-50-Vereinbarungen mit den Autoren. Nicht 80, 90 Prozent der Verlag und 10 Prozent der Autoren, wie es oft so ist, ohne Vorschlag oder nichts. Ich meine, der Autor muss auch von was leben und der gehört, ich sehe das wie die amerikanischen Manager und so weiter von Künstlern, die gehören beschützt vor der Welt, die gehören beschützt vor den Gefahren, die die eben kreative junge Menschen auch oft ausgesetzt sind mit ihren Werken, die kommen in die Öffentlichkeit das erste Mal. Da zieht man auch viel Dreck an, mehr oder weniger. Und da gehört ein gutes Schutzschild auch und da gehört eine gute Zusammenarbeit, wo man sagt, ja gut, wenn du jetzt nicht mehr willst, dann gibt es ja keine Interviews mehr. Fertig. Sagen wir ab, höflich. Mach eine Auszeit. Und wenn du wieder fit bist, melde dich. Weißt du, dieses zwanghafte, du machst jetzt da die 30 Interviews, du machst morgen auch nochmal und dann gehst du nach Berlin, dann gehst du nach München, dann gehst du noch zu Sat.1 Frühstücksfernsehen, dann da, 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 da. Was bringt das, wenn die Psyche dann des Autors fix und fertig ist, wie bei dieser Frau, wie du gerade geschildert hast. Gut, eins muss man schon dazu sagen, Benjamin, du hast jetzt ein kurzes Zeitfenster, wo dein Buch neu ist, frisch ist, wo Publicity da ist, die Kurve geht schnell wieder runter und dann veräppt das eh. Also in der Zeit muss man halt da sein und die Termine wahrnehmen, weil sonst hat man gar keine Publicity. Natürlich, das hängt aber dann auch beim Autor wieder. Also man kann als Verlag schwer jemanden zwingen, da zu erscheinen. Wenn der Verlag oder der Autor auch das Medium zum Beispiel nicht mag und sagt, nee, mach ich nicht, dann kann man auch nichts sagen, du gehst jetzt dorthin. Das ist sehr schwierig. Es ist auch schwierig, es war jetzt eher bezogen, natürlich gibt es ein kleines Zeitfenster, logischerweise, aber es ist auch, wenn dann das nächste Buch und das nächste und das nächste, da sollte man eher auch achten, dass genug Zeit dazwischen ist, dass das nicht so schnell gemacht wird, weil sonst wird es schon sehr mühsam für ein Autor, muss man schon auch dazu sagen. Und dann kriegt er zwar ein bisschen Geld, aber ja, wird verbrannt. Wo ich dir auch zustimme, ist der finanzielle Aspekt, also wenn man bedenkt, dass eigentlich fast alle Bücher floppen oder entweder gar nicht verlegt werden oder halt erfolglos und man beim Self-Publishment 25 Prozent maximal bekommt und vom Verlag vielleicht 5 oder 10 Prozent, kann sich jeder ausrechnen, dass bei, wenn man 10.000 Exemplare verkauft, das ist schon gut, da gibt es eine Zweitauflage, bei 200.000 Euro Butterumsatz, der bleibt beim Autor, der bleibt dann 10.000, 20.000 Euro hängen. Und rechne die Stunden, die du investierst in ein Buch. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, da fließen tausende Stunden hinein. Also aufgrund des finanziellen Aspekts darf keiner ein Buch schreiben, das ist klar. Außer man wird dann halt ein Thomas Brezner, aber das ist unwahrscheinlich, beziehungsweise hat der Typ auch 200 Bücher geschrieben. Um was ich mal auf der Zunge, 200 Bücher. Also wenn man so fanatisch ist, kann man schon davon leben irgendwann einmal. Also es sind 200 Bücher nicht so toll, aber das summiert sich dann in Tandem jedes Jahr. Außer das ist halt ein super Bestseller und ich denke mir halt oft, eigentlich kann man jedes Buch gut promoten, wenn man es abändert, wenn man ein Kapitel noch reinschreibt, wenn man zum Beispiel jetzt schaut, was ist denn jetzt in allen Zeitungen und Medien und sich dann da drauf setzt und das noch ins Buch reinschreibt nachträglich, kann das schon ein Erfolg werden. Und dann kann es auch monetär auch gut sein, wenn man eine gute Vereinbarung hat. Zum Beispiel, wenn du 30 Prozent oder 40 Prozent kriegst, ein Buch kostet 20 Euro, ja, und so weiter. Also wenn du dann sechs, sieben, acht, neun Euro, das ist schon gut. Und dann kann es auch zurückkommen, besonders wenn du viele Bücher schreibst jedes Jahr. Wenn du zum Beispiel jedes Jahr 10, 20 Bücher rausbringst, vieles, und das über Jahre machst, dann hast du auch viele Tandemen verdient. Jetzt ist halt die Frage, ob man das möchte. Das heißt, bei Semperfi arbeitet ihr an der Demokratisierung dieses Systems oder an der Liberalisierung oder an der Tokenisierung vielleicht sogar? Wir arbeiten, wir machen einfach das, was uns Spaß macht. Wir wollen junge Gesichter, junge Leute, No-Names pushen, promoten und ihnen nicht das ganze Taschengeld wegnehmen. In Zusammenarbeit mit Goldeck oder wer ist dein Partner, um Semperfi zu realisieren? Der Semperfi Verlag hat mehrere Kooperationspartner. Wir sind ja auch mit Vertriebspartnern und so weiter, also auch die Aussendungen und so weiter. Oft, wenn Talente kommen und sagen, sie wollen das und das machen und es nicht zu uns passt, vermitteln wir auch zum Beispiel dann weiter. Es ist zum Beispiel so, dass wir ja eher auf Ratgeber fokussiert sind. Also alles, was ich, das mache ich zum Beispiel auch total gerne. Ratgeber schreiben ist gar nicht so schwer. Du setzt dich hin und du stellst dir vor, du redest mit irgendjemandem anderen und dann gibst du einfach im Monolog deine Ratschläge. Und das kannst du auch gut strukturieren. So Fantasy-Romane, Harry Potter, keine Ahnung, hat mich noch nie wirklich interessiert, habe ich noch nie angesehen, taugt mir auch nicht wirklich. Das ist so, ist so vielleicht für Kinder schön und so weiter, gibt Hoffnung, Mut, was auch immer, aber ich finde so wirklich coole Ratgeber einfach besser. Und je nachdem, ob es zu uns passt, das Thema, schreiben wir das dann, wir ghostwriting ja auch sehr, sehr viel. Also wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben würdest, das ist auch gar nicht, ist auch oft zu verrufen, ghostwriting, ist aber gar nicht so schlimm, weil der Inhalt kommt ja trotzdem vom Autor. Das heißt, du machst halt dann Interviews, so wie wir jetzt reden und dann wird das eben transkribiert, in Buchform, umgeschrieben und so weiter und auch in enger Zusammenarbeit mit dem Buchautor. Also das Wissen kommt ja trotzdem von dem. Ob er das jetzt selber mit seinen Fingern tippt oder mündlich macht, total egal, meiner Meinung nach. So gibt es dann unterschiedliche Modelle quasi bei uns und immer auf eine Nachhaltigkeit ausgelegt. Also wir wollen es, wir wollen nie es bei einem Buch bleiben lassen. Wir wollen eher Leute aufbauen und dann weiterhin Partner bleiben. Das geht dann in viele Richtungen auch, also auch Social Media, Marketing. Keiner Autor, also die meisten Verlage haben es nicht geschafft, den Anschluss an die Zeit zu finden. Es gibt keine richtigen Werbeplattformen von den Verlagen auf Social Media. Es gibt keine Präsenz von ihnen. Ich meine, wenn man sich allein also die Zeitungsverlage anschaut, der Kurier oder was, der hat glaube ich 2000 Follower auf Instagram. Ich glaube, da haben wir mehr. Also da muss man überlegen. Und die schaffen es nicht, den Anschluss zu finden zu der jungen Generation und zu den Leuten. Und dadurch, dass ich noch relativ jung bin und auch mit jungen Autoren zusammenarbeiten, ist es einfach viel einfacher auch das zu promoten. Jetzt haben wir viel über das Unternehmertum, über das Autorentum geredet, über Verleger, über das Verlegen. Es gibt Semperfi, es gibt Lernsieg. Mir stellt sich jetzt trotzdem die Frage und die habe ich mir auch beim Recherchieren so gestellt, wofür steht Benjamin Hadrigan? Womit sollen die Leute zu dir kommen? Wir droppen gerne immer die Kontaktdaten unserer Gesprächspartner entweder auf LinkedIn oder Instagram. Wonach suchst du? Was sind deine nächsten Schritte? Wo siehst du dich in ein bis drei Jahren? Wofür brennst du und was ist jetzt wirklich das, wo du hineinarbeitest, sage ich jetzt mal? Ich liebe es, Bücher zu schreiben. Ich liebe es, Bücher rauszubringen. Ich liebe es, PR zu machen. Das habe ich ja auch schon oft bewiesen bei der App, dass das ganz lustig ist. Und wir haben ja auch über die letzten Jahre durch die App wahnsinnig viele Journalistenkontakte. gut gepflegt. Meistens Journalisten mögen die App. Und ich mag das, ich mag jungen Menschen auch eine Plattform bieten, die nicht so zugesät ist mit Fallen. Wenn du als junge Mensch in einem großen Verlag gehst, hast du mal einen mega furchtbaren Vertrag gebunden. Das heißt, du musst das nächste Buch auch verpflichtend bei dem rausbringen. Du kannst nicht mehr weg und so weiter. Aber verzichten, entweder du bleibst oder du gehst. Wenn du Leute zwingst, was zu tun, wird es meistens schlecht. So einfach ist das. Und ich mag Leuten helfen dabei, ihre Bücher rauszubringen, ihre Ideen zu verwirklichen. Deswegen die neue GmbH auch. Das ist es eigentlich. Und natürlich auf der anderen Seite habe ich ja noch die erste GmbH, wo es mir einfach Spaß macht, disruptive IT-Produkte rauszubringen, wie Nachhilfe, wie die Lehrerbewertung. Das macht mir aber auch sehr Spaß. Und es ist auch eine Sybiose von allen, weil alles zusammengreift. Zum Beispiel das Buch, promotet ihr auch wieder die App und so weiter und so fort. Also das ist alles schon ein Miteinander und steht im guten Einklang. Und in der Mitte ist der Benjamin Hartigan, der durchaus doch auch seine Personenmarke, seine Personal Brand gerne pushen möchte, komme, was wolle. Ja, ich bin schon auch gern eher im Hintergrund, außer es gibt was zu promoten. Also ich bin jetzt niemand, der mich Statements zu irgendwelchen Sachen abgibt. Jetzt ist das Buch da, jetzt mache ich meine paar Interviews, bin wieder weg. Okay, und das passt dir so? Das passt sehr gut, ja. Reden wir besonders über das Privatleben, wenn wir uns schon angeschnitten haben. Du bist gern im Hintergrund, sagst du selber, du fährst gern mit dem Rennrad. Abgesehen von der Selbstverwirklichung durch die Unternehmen und das Autorentum, was sind deine Werte, was sind deine Prinzipien, was ist dir wichtig im Leben? Ich finde es total wichtig, nachhaltig zu wirtschaften. Also jetzt sind wir wieder bei Unternehmen, das ist mir wichtig, diese Milliardenbewertungen, weißt du, es ist so, so viel Fake da draußen und es wird so viel geblendet, es wird so viel geblendet und so viele junge Leute schauen sich zwei Minuten, zwei Millionen an und denken, wow, das ist ja echt alles real, ja, Blödsinn. Und wir könnten morgen auch eine Presseausendung machen, Lernzik, Milliardenbewertungen, dann tust du einfach 1.000 Euro für 0,0000001%, das ist auch am Papier eine Milliardebewertung, kein Journalist hinterfragt das, das ist absurd. Und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben, weil es ist doch viel erfolgreicher und viel schöner, wenn du, weiß ich nicht, vier, fünf Mitarbeiter hast und jedes Monat 20, 30, 40.000 Euro Umsatz machst durch kleine Kunden, als kein Umsatz zu machen, kein Profit, kein Gewinn, aber am Papier irgendeinen Investor zu haben, bringt dir null, bringt dir gar nichts. Und ich finde, der Mittelstand, die mittelständischen Unternehmen, die gehören auch promotet, die gehören auch gepusht. Junge Leute, die was umsetzen wollen, brauchen am Anfang oft keinen Investor. Es wird so dargestellt, dass ohne Investor nichts geht, Blödsinn. Du kannst genauso einen Job haben und nebenbei Unternehmen aufbauen, du kannst es ganz nachhaltig machen, du kannst deine Ideen sofort testen, die du mit Kunden direkt sprichst, bevor du irgendwas ausgegeben hast an Geld. Und oft haben Gründer auch diese Angst, ja, wenn ich meine Idee weiter sage, wird sie gestohlen, das sollte man auch ablegen. Da hatte ich auch wirklich noch eine 16, 17 Jahre. Da habe ich mir gedacht, das ist die Milliardenidee, aber de facto, wenn du die Idee hast, kannst du es auch du meistens nur umsetzen. Aber natürlich, bei manchen Personen muss man auch vorsichtiger sein, wie man es sagt. Weil wenn jetzt zum Beispiel der Bill Gates zu Steve Jobs gegangen wäre und hätte das verraten, hätte vielleicht Steve Jobs auf Microsoft gegründet. Also man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man was sagt, ist eh auch logisch. Aber grundsätzlich kann man offen umgehen mit seinen Ideen. Und mir ist es total wichtig, als Privatperson, dass jungen Menschen ein klares Bild gezeigt wird, was es für Optionen im Leben gibt. Nicht nur Schule, nicht nur Studium, nicht nur Angestelltentum, sondern auch Unternehmertum, auch Startups. Und dass es total cool ist und dass es auch Spaß macht. Das Buch ist oft recht abschreckend teilweise, weil es eben wirklich realistisch sagt, was alles passieren kann mit Investor, mit Steuerberater, mit Anwälten, gesellschaftsrechtlicher Natur und so weiter und so fort. Aber es zeigt eben ein klares Bild und wenn du danach ein Buch dir sagst, na, das ist nichts für mich, hast du auch wieder was gelernt und hast eine Erfahrung gemacht und weißt, wo du dann halt hingehst. Genauso umgekehrt. Vielleicht denkst du dir, ja geil, ich mag das, ich will die Probleme, ich mag die Herausforderungen, du bist Unternehmertyp. Und besonders auch eine Fehlerkultur zu etablieren. Ja, ich hatte mal ein Modelabel und da habe ich wieder eingestellt, habe ich was gelernt, habe ich Umsatz gemacht, habe ich Investoren kennengelernt. Es ist ja immer ein weiterführendes alles im Fluss, es geht weiter. Und wer weiß, ob ich in zehn Jahren Lernzeug noch habe oder den Verlag, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne so viele Unternehmer, die haben ihre, haben schon sieben, acht Firmen Insolvenz geschickt, sind trotzdem extrem erfolgreich, weil sie halt eine haben, die dann geklappt hat. Neun von uns sind da ab, scheitern ja, statistisch gesehen. Das heißt, theoretisch müsste man jeder von uns zehn Unternehmen gründen, damit er mal eins hat, was klappt. Nicht schlimm, kann man machen. Und je früher man anfängt, desto besser. Also ich sage das schon auch eben, meine Devise war immer mit 14, 15, ich kann gar nicht scheitern, weil selbst wenn ich scheitere, ich bin so jung, ich habe so viele Erfahrungen dann gesammelt, dann wird das nächste noch besser. Das ist so mein privater Zugang zu diesen Themen. Dann hoffen wir, dass sich die Leute nach diesem Podcast auch so fühlen, dass sie das gut haben, sie haben was gelernt und sie sind weitergekommen. Hoffentlich. Gibt es eine Lieblingsanekdote, die du auch in dem Buch beschreibst, wenn du sagst, da sind irrsinnig viele Fuck-Ups drinnen, irrsinnig viele Vertrügereien, Schwindelein, Luftschlösser und auch Motten ums Licht wahrscheinlich, Leute, die heute deinen Schulterklopfer sind und morgen wieder weg sind. Fällt dir eine Geschichte ein in dem Ganzen, die vielleicht für unsere Zuhörer amüsant ist und Appetit aufs Buch macht? Ich habe einmal, da war ich 17, da war mein erster Treffen mit einem Milliardär, Baumilliardär und ich war total aufgeregt. Ich habe die Businesspläne durchstudiert und die Excel-Tabellen und die Analysen und alles, alles durch. Total müde und übermüdet dann quasi dort, komme dann rein in den Raum und bin auf alles vorbereitet und dann sitzt der Typ dort in so einem Olymp-Hemd im Alten und da war sogar ein Loch am Dings drin, so einer alten Jeans, alte Schuhe und so eine Casio-Uhr am Armband. Wenn du den auf der Straße siehst, denkst du, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ein Penner, mehr oder weniger. Und dann sitzt er dann dort und dann die einzige Frau, die er gestellt hat, war dann, ja, Herr Hartricker, welche Sternzeichen sind Sie eigentlich? Ich sitze da und denke, was? Ich hätte ja alles vorbereitet, der Pitch-Deck wollen wir nicht. Na ja, Skorpion bin ich. Ja, ja, ist das jetzt schlecht, gut? Ja, ich bin krebs und das verpasst schon und so Astronomie-Kugeln und weiß ich nicht, oder alles so total esoterisch eigentlich. Und das war voll irgendwie lustig, weil es ist schon ein Unterschied zwischen Millionär und Milliardär. Ich kenne viele Millionäre, die mir im Lamborghini herumfahren und total protzig und herumdingsten und auch recht falsche Persönlichkeiten sind, ein bisschen hinterlistig. Und dann gibt es Milliardäre, das ist schon ein Unterschied, wenn du wirklich Milliarden hast und die sind total bodenständig und sitzen dort self-made, der war auch Schulabbrecher, sitzen dort und fragen dich ja, was bist du denn überhaupt für ein Sternzeichen einmal als erste Frage oder so? Also so, ich fuhre eine andere Welt und wenn ich es mir aussuchen kann, bin ich lieber Milliardär als Millionär. Da drängt sich natürlich die Frage auf, ist der Benjamin Hartricker schon Millionär oder Milliardär? Ich rede ungern über solche Metriken. Es lebt sich nicht schlecht. Ich bin glücklich. Also ich mache das, was mir Spaß macht. Ich glaube, das ist die größte Freiheit, wenn ich mit anderen rede und sie so höre, wie sie über ihren Job lästern und über die Mitkollegen und so, das geht mir herrlich. Ich muss es niemandem recht machen. Kein Kopf für nichts zum Nachdenken, weil mit dir selbst im Reinen. Ja, total. Ich schlafe gut. Das ist auch total wichtig. Schreibe ich auch ins Buch. Dieser Mythos vom durcharbeitenden Arbeitsunternehmermonster. Blödsinn. Die schaffen das ein Jahr, dann sind sie einmal im Burnout. Viel schlafen, gesund essen, Sport machen. Familie ist auch wichtig. Reden die meisten nicht drüber. Familien, Freundinnen haben, weiß ich nicht, was Privates auch machen. Urlaub fahren. Viele Gründer haben besonders am Anfang diesen Druck auch von Investoren, dass sie ja nur performen müssen. Würde ich eher lockerer angehen. Das ist nachhaltiger. Kann ich auch meine Erfahrung teilen. Also die 27 Monate PokerCode waren hardcore. Ich habe voll durchgeballert und danach, ich hatte keine Kontrolle über mein Schicksal. Also ich wurde dann gekündigt, unfreiwillig und bin, also wenn ich nicht in dem Jahr davor meine Angestellten eingestellt hätte, delegiert hätte und wieder begonnen hätte, meine Freundschaft und meine Familie zu pflegen, wäre ich sicher ein tiefes Loch gefallen. Ich habe es vermieden, ich bin dann Reisen gegangen, habe viel Sport gemacht, habe meine Balance gefunden und meine anderen Säulen des Glücks auch gebaut gehabt zum Glück. Aber wenn du mir nach einem Jahr oder eineinhalb PokerCode weggenommen hättest, dann wäre ich komplett ins Burnout geschlittert, hundertprozentig. Das ist die Schattenseite auch und das passiert auch vielen Gründern. Ist auch logisch, du gibst so viel Energie und so viel Kraft und kriegst dann oft nur Negatives zurück und Gefahren und Probleme und Anwälte und Reststelle und Vertrauensbrüche auch, viele Vertrauensbrüche und dann stehst du da und du wolltest eigentlich was aufbauen, bist du eigentlich ganz woanders gelandet. Das kommt mit der Zeit glaube ich auch, dass man da ein bisschen souveräner wird und dass einem das mehr abprallt und dass man eben nicht auch so auf emotionale Basis Partnerschaften eingeht, sondern eher auf vertraglicher und das ist jetzt das da, das passt, fertig, aus. Und dann nicht mit den Mitarbeitern noch ein Bier trinken gehen, da bin ich kein Freund davon. Eher eine gesunde Distanz, wir wollen alle was erreichen, wir sind alle nett zueinander, aber schon auch Unternehmen auf Wirtschaft und auf Geld ausgelegt. Ja, ich denke Privates und Berufliches zu trennen ist wichtig und das muss schon außergewöhnlich sein, dass das funktionieren kann. Ja, absolut. Über den Kontakt zu dem Milliardär wäre ich sehr glücklich, aber nicht, weil er ein Milliardär ist, auch nicht, weil er so bescheiden auftritt und ein cooler Typ ist, sondern weil ich in der Stelle gerne liebe Grüße ausrichte an die Rana und die Eileen, die Gründerinnen von der Oratis App, die erste astrologisch-spirituelle Daten-App. Die waren kürzlich in zwei Minuten zwei Millionen, können sicher auch gerne drüber plaudern, wie real die Show ist, aber die wären vielleicht das perfekte Investor für den Herrn mit der Casio. Der ist eh Single, ja. Das wäre sehr nett, wenn du mich da kontaktieren und verbinden könntest. Ich bin mit den Mädels in intensivem Austausch. So, wie schaut ein Tag im Leben von Benjamin Hadrigan aus? Nächste Frage und dann kommen wir auf den Zielspurt, mein Lieber. Hast du es bald geschafft? Ganz unterschiedlich. Ich versuche mir immer so zwei bis drei Tage in der Woche schon auch Zeit zu nehmen für Freizeit, Essen gehen, Freunde treffen, vielleicht auch Kino manchmal. Jetzt habe ich letztens den Top Gun Film angeschaut, den zweiten. Gut, Empfehlung? Ja, die Filme von heute mag ich nicht mehr so. Damals war das alles noch ein bisschen mit mehr Flair, mit mehr Storytelling dahinter. Heutzutage geht es nur um Explosionen. Das ist wie mit der Musik, Instrumente hörst du halt auch was gerne mehr. Ja, das stimmt. Die zwei Nostalgiker am Tisch. Wie alt bist du 20? 20. Der 20 oder 26 reden über die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten, ja. Schallplatte und Autokino. Ja, für mich auch, ja. Einen guten Oldtimer. Na, und ganz unterschiedlich. Manchmal geht es schon früh raus mit dem Rennrad einmal eine Stunde, dann fertig machen, dann die ersten E-Mails. Dann versuche ich immer regelmäßig zu essen, das ist total wichtig. Auch gesund zu essen, auch sich da die Zeit zu nehmen. Teilweise gehöre ich dann zu Hause selber was. Ich bin oft zu Hause. Ich schaue recht wenig ins Büro. Telefoniere recht viel und schreibe halt die E-Mails. Und, ja, ganz unterschiedlich. Ein operatives, langweiliges Zeug halt. Dann triffst du ein paar Leute, ein paar Hände schütteln, ein bisschen essen gehen, ein bisschen reden, anschauen, was steht an, was kommt noch, was sind die Planungen der nächsten Jahre, der nächsten Monate, longterm, auch kurzfristig geplant. Und diese Dinge halt. Und zum Beispiel bin ich überhaupt kein Freund von Businessplänen. Also ich hatte mal jemanden, das war auch eine Anekdote, das war ein ehemaliger Manager von einem superamerikanischen Unternehmen und der war verantwortlich für den Aufbau in Österreich von dem Ganzen. Wurde dann nach drei Jahren gefeuert und dann hat er eine neue Startup-Hub und weiß ich nicht was gegründet. Und dann kam er daher, mega arrogant, ja, auch recht reich natürlich durch seine Station im Leben, karrieretechnisch. Und er sagt, ja, jetzt, wo ist der Businessplan? Dann habe ich meinen soliden Businessplan, den ich geschrieben habe, zwölf Seiten, alles recht kurz und knapp und ein Faktenblatt dazu, One-Page und so gegeben. Und dann gelacht, ja, das kann ja, damit kann man keine Kapitalrunde machen. Ich sage, wir haben ja schon so viel gemacht und wir haben ja schon so viel Geld aufgenommen zu der Bewertung. Was für welche Bewertung? Dann habe ich gesagt, ja, die Bewertung halt, für die Millionen. Ich sage, das kann ja gar nicht sein. Und dann habe ich gesagt, doch, doch, na, das kann nicht so weitergehen. Jetzt müssen wir mal die nächsten drei Monate einen Businessplan schreiben. Ich sage, okay, ja, bin ich mal offen. Ich habe gesagt, ja, macht einen Monat Probezeit, schenkt er mir, ganz gnädig war er da. Und habe dann angefangen, an diesem Businessplan zu arbeiten. Desendlich kamen 50 Seiten raus, dann noch 20 Seiten so Finanzplanungen und so Expansionen hin und her. Dann habe ich das in den Restoren geschickt. Dann kam die Amber zurück, lese ich nicht zu lang. Punkt. Fertig. Da habe ich mir gesagt, du, das letzte Mal, was du gemacht hast, das lesen die Investoren gar nicht in der Startup-Szene. Das kann ja auch nicht sein. Da habe ich dann gesehen, ha, hoppala, mein Fehler, kannst du, also so, nur weil der jetzt ein Management davon hat, heißt das ja gar nicht, dass der jemals in seinem Leben ein Startup-Erfolg aufgebaut hat. Und da sage ich auch immer den Gründern, nur weil der im Fernsehen ist, bei zwei Minuten, zwei Millionen oder nur weil der bekannt ist, sonst die Bekannten sind die gefährlichen, nur weil der bekannt ist oder weil der irgendwas irgendwo stehen hat, heißt das noch gar nichts. Und nur weil da oft kommen dann die Älteren zu den Jüngern und sagen, ja, das geht, mach es selber, hör nicht auf die Alten, es ist deine Zeit, es ist dein Leben und es ist deine Idee. Lass da nichts reinreden, das ist so wichtig, das habe ich oft einen härteren Weg lernen müssen. Nur weil jemand älteres oder schon ein Unternehmen hat, heißt das noch gar nicht, dass der für dich irgendwas Mehrwert bringen kann. Ich stimme dir teilweise zu, Bococode hat die ersten sechs Monate keinen Finanzplan und auch keinen Businessplan. die meisten Businesspläne von Startups werden nach Wochen, 30 Monaten komplett über den Haufen geworfen und schauen nach ein, zwei Jahren sowieso ganz anders aus, das ist ursprünglich geplant. Aber ich finde, Finanzplanung zu lernen und zu verstehen und zu üben, finde ich gut. dass der Businessplan keinen operativen, großartigen Mehrwert haben wird und manchmal eher den Opportunismus verhindert, weil man einen Businesscase festhält und dadurch Chancen liegen lässt. Da bin ich ganz bei dir. Absolut. Es ist halt, deswegen bin ich auch kein Fan von Investoren zu viel reinholen. Besonders am Anfang kannst du es so kreativ einfach mal umsetzen, umsetzen, umsetzen. Sobald du Investoren einkommst, wird es ernster und du hast Informationspflichten und so weiter und so fort, dir wird auf die Finger geschaut und dein Plan war es ja ursprünglich hoffentlich oder ist es, ein Unternehmen zu gründen und Chef zu sein. Heißt ja nicht, erst recht wieder Leute zu haben, die drauf sitzen. Und ja, also es braucht oft auch kein Investor. Arbeit lieber zwei, drei Jahre rein und dann schaust, das klappt doch nicht. Deckt sich mit den Empfehlungen der meisten Gründer, die wir interviewt haben. Für ein Product Market braucht man nicht viel Kapital, No-Code-Tools sind so gut, dass man easily MVPs bauen kann. Die meisten Page Builder super für Landing Pages. Ich finde aber auch hier wieder den Aspekt des Lernens, wie kommuniziere ich mit Shareholdern, wie reporte ich, das ist schon eine steile Lernkurve und da zu lernen, schnell den Überblick über eine gesamte Company zu geben, Marketing, Legal Finance Tags, aber vor allem Product und Roadmap, finde ich persönlich doch auch wieder sehr wertvoll, aber kann man auch intern dem Team natürlich geben. Also intern das Team zu reporten ist genauso oder zehnmal wertvoller als den Shareholders Updates zu geben. Eben, eben. Ich finde das auch wichtig, die Kommunikation zwischen den Teams intern viel wichtiger als extern. Sehe ich auch so, wie du. Es ist halt, im Buch ist auch ein eigenes Kapitel, Investoren und so weiter, worauf man achten muss, welche Typen von Investoren es auch gibt und so. Also, ja, man muss auch einfach auf sein Bauchgefühl oft achten. Das habe ich auch lernen müssen. Also es ist schon wertvoll, was dir dein Körper und dein Bauch und dein Ding, was dir das sagt. Und nur weil der jetzt damit ein bisschen Geld herumwedelt oder bei 100.000 Euro am Tisch legt, ja, gibt es auch so viele andere Investoren. Also ich würde da als Gründer eher in die Position gehen, auszuwählen, als ausgewählt zu werden vom Investor. Ja, und man muss auch aufpassen, wen man reinlässt in die Firma, welche Due Diligence man erlaubt und welche nicht. Und dass man da ganz klar von Anfang an kommuniziert, oder nicht, dann wieder habe ich eine schriftliche Zusage dann über das Investment. Von mir aus mit KPIs, ja, kann ja auch sein. Da bin ich auch ein Freund davon mit KPI-Verträgen, ja, man braucht oft nicht wahnsinnig viel Geld, aber wenn das erreicht ist und wenn das hat, kann man ja wieder Geld kriegen. Da kann man schon eine riesen Finanzierung aufstellen und der Investor hat wirklich wenig Risiko, weil wenn es nicht erreicht, ist der Umsatz oder Dings, muss er auch nichts mehr weiterzahlen. Und ich bin eher so ein Freund von Modellen, wo wirklich ein Investor drin ist und das durchfinanziert, als dass man immer wieder neue reinholt, bis alles schon ganz verwässert und Dings ist, ist auch schwierig dann. Dann reportest du an zehn Investoren und dann haben zehn wieder Nachfragen und der eine will dort und der andere will dort hin, wird immer schwieriger und schwieriger und sehr mühsam und das ist gegen die Natur eines Gründers in Wahrheit. Das, was du gesagt hast, gerade die Bekannten, gerade die Berühmten sind die gefährlichen, da muss ich an Nassim Nikolas Taleb denken, den ich schon einmal zitiert habe, da im Podcast, der Black Swan geschrieben hat oder auch einige andere Werke, die ich alle gelesen habe und super geil finde und empfehlen kann, der gesagt hat, es gibt wenige Berufe, wo wirklich Expertise gebraucht wird. Es ist vielleicht der Anwalt, der Richter und der Zahnarzt, der Arzt, aber sonst, je mehr Anzug, je mehr Lack, desto weniger Ahnung, desto weniger Expertise wird gebraucht und hier die Konklusio, wir haben alle keine Ahnung, nur die Leute, die Overconfidence in ihrer Ahnungslosigkeit haben, die sind dickfährlich. Die sind wirklich gefährlich. Weil die glauben an ihre Lüge und sind total unfähig, Uncertainty, also Ungewissheit zu behandeln, zu bearbeiten und sich selber bescheiden zu reflektieren und ihre Entscheidungen zu ändern. Das ist total gefährlich, besonders weil viele junge Gründe ja High-Performer sind und die sind unsicher auch. Eine High-Performer zeigt ja aus, dass er unsicher ist, ob das richtig ist, was er tut und dadurch immer wieder hinterfragt und immer besser wird dadurch. Diese Selbstreflektion ist total wichtig. Auch Empathiefähigkeit und das haben diese Menschen oft. Die sind oft sehr narzisstisch, veranlagte Persönlichkeiten, sind als Co-Founder irgendwo in einen Geldtopf gefallen und ruinieren oft Existenzen dann von Gründern, weil sie im Vertrag herumfallen stellen und so weiter oder dann eine Liste aufstellen mit Fehlern und dann aggressiv vorgehen und schnell und na na, jetzt unterschreiten One-Pager und so. Schwierig. Schwierig. Auch vertragsbrüchig, wortbrüchig. Ich habe immer gern die Leute gehabt, die recht bodenständig sind, und nicht immer nur prallen müssen und angeben müssen und die man auch teilweise gar nicht kennt. Es gibt so viele Investoren, die kennt man einfach nicht. Die haben riesige Investments getätigt, darüber wird nicht berichtet. So viele Startups oder Unternehmen, die sehr profitabel sind und die es nicht notwendig haben, eine Milliardebewertung, Aussendung zu machen. Oft braucht man noch gar nicht so viel PR-Umsatz zu machen. Viele Gründer denken, jetzt müssen sie in die Öffentlichkeit, jetzt müssen sie den Vater zufriedenstellen, der nie daran glaubt, der dann ein Startup oder keine Ahnung kann auch vorkommen. Der wird sowieso nie dran glauben. Ja, der wird nie dran glauben, der wird auch nie zufrieden sein. Und oft braucht man weder PR noch was anderes. Oft braucht es einfach nur einen guten Draht zu den Kunden, ein gutes Produkt und dann kann man auch wirklich viel verkaufen und aufbauen. Das ist keine Raketen-Satz. Und deinen Businessplan-Hate, dem stimme ich ja nicht zur Gänze, aber teilweise zu. Und da möchte ich dem Herrn Schindler liebe Grüße ausrichten, Schindi, der glaube ich rappt, ein paar Runden fahren, fick den Stundenplan, ab die Bitches kritzeln sich meinen Namen auf den Unterarm. Könnte eigentlich umschreiben, oder? Fick den Businessplan, wäre passend. Ich schicke ihm mal eine E-Mail, vielleicht erreichen. Sehr, sehr direkt. Ich kann überhaupt ein Lied einmal über Businessplanen machen und die Startups sehen in Österreich. Raph Camorra, keine Ahnung. Ich sehe uns beide schon einen Podcast machen, ich sehe dich schon bei HeadHead reinsteigen und wir sitzen hier beim Raph Camorra im Studio, werden wir jede Woche da sitzen und einen Podcast machen wie der uns irgendwann einmal Ja, werden wir ihn schon sehen. Da haben wir schon ein Lied bis dahin abziehen. Ja, wer weiß. Bald auf Spotify. Und wir haben Manuel Zeller bald zu Gast, Neo-CEO, der mit Raph Camorra gemeinsam im Boot sitzt, aber das erzählt er uns dann nächste Woche. So, zwei Fragen noch, dann sind wir beim Waradrap Benjamin. Dann hast du es geschafft. Die erste Frage ist, wie bist du mit deinen Rückschlägen umgegangen? Was empfiehlst du jungen Leuten, wenn sie Rückschläge erfahren? Du hast irrsinnig viele Shitstorms erlitten, du hast Schiffbruch erlitten mehrmals, bist immer wieder aufgestanden, du sitzt jetzt hier mit mir, hast dein nächstes Buch gelauncht und marschierst voran. Es ist eine sehr gute Frage, weil es... Wird nicht drüber geredet? Ja, im Buch habe ich da auch ein eigenes Kapitel im Zusammenbruch und so, wie man damit umgeht und so. Ich finde immer wichtig, sehr offen zu kommunizieren darüber. Man muss jetzt nicht jeden Journalisten anrufen und sagen, einem geht es schlecht, aber die wichtigsten Leute im Unternehmen und so weiter sollten schon wissen, warum man sich eher zurückzieht. Oft kann eine transparente Kommunikation und warum das ist, also wenn man dann einmal sagt, was passiert ist, in welcher Zeit, verstehen das die meisten Menschen? Nee, total, besonders Unternehmer. Wenn man aber dann einfach abtaucht und nicht mehr erreichbar ist, ist eher schlecht. Es ist immer gut, sich dann Zeit zu nehmen und zu schauen, dass das trotzdem die operativen Tätigkeiten irgendjemand übernehmen kann. Vielleicht der Bruder, vielleicht eine Freundin oder was auch immer. Dass es irgendeine Ansprechperson trotzdem gibt, dass es übergeben wird. Dass man sagt, ja, jetzt bin ich auf Urlaub oder was auch immer, kann man ja sagen. Und jetzt übernimmt das mal die Libaniter oder mein Bruder und der kennt sich da auch super aus und dann gibt es zunächst eine Person noch. Das heißt, Panik sollte nicht gesät werden. Das ist immer schlecht, auch wenn man in ein Ungewetter kommt mit dem Schiff. Sollte man ruhig bleiben. Und dann sollte man sich überlegen, was passiert ist, warum es passiert ist und das aufarbeiten. Das kann man vielleicht mit einem Coach machen, kann man alleine machen, ein Tagebuch führen, keine Ahnung. Gibt es viele Möglichkeiten. Oft heilt die Zeit wirklich die Wunden und oft braucht man auch einfach Zeit, der Körper, die Psyche. Kann oft vorkommen und das soll man sich auch nehmen. Also man ist kein Versager, wenn man mal eine Auszeit hat oder sich eine Auszeit nimmt. Ganz im Gegenteil, ich finde das beachtlich und jeder, der sagt, geht jetzt vom Gas einmal ein bisschen runter, macht ein bisschen Urlaub, ist auch super. Ich glaube, da öffnet sich die Gesellschaft auch immer mehr, weil Psychologen, Psychotherapeuten, Bahnhofer und so weiter mittlerweile wirklich Mainstream sind und akzeptiert werden, zum Glück, sage ich jetzt einmal. Ich meine, ich hatte halt das Glück auch, dass meine Mutter Psychotherapeutin ist. Das heißt, ich bin eigentlich schon damit aufgewachsen, dass das normal ist und habe viele Techniken ja auch mitbekommen und so weiter. Ich glaube, die war eine total wichtige Rolle bei den ganzen Sachen, weil die war immer wie ein Felsen hinter mir. Können auch nicht, die hat auch nicht jeder Gründer. Aber irgendwo hat man vielleicht eine Person, die einen versteht und für einen da ist und ich glaube, das sind die wichtigsten Personen, die man halt auch haben kann. Weil du die Techniken ansprichst, ich glaube ganz stark an gesunde Routinen, Habits und auch daran, dass man sein eigenes Hirn transformieren kann, so wie auch jeden Muskel am Körper, weil es ja bewiesen ist, dass sich Synapsen bilden, wenn man Dinge wiederholt und ich glaube, wenn man gesunde Routinen wiederholt und immer wieder macht und durch diesen Schweinehund drüber geht, wird er immer kleiner, wird es zur Gewohnheit und man definiert ein neues, transformierendes oder besseres Ich. Zum Beispiel ich persönlich, wenn ich in der Früh mit Yoga und Kräftigung eine halbe Stunde, Stunde in den Tag starte, ich bin einen Tag viel produktiver und fokussierter, als wenn ich das nicht mache, das weiß ich. Ernährung, schlafe die ganzen Geschichten. Das ist keine Rocket Science, aber in schweren Zeiten natürlich am schwierigsten umzusetzen. Natürlich, natürlich. Aber prinzipiell auch ein guter Hedge, um gar nicht erst dorthin zu kommen, sage ich mal. Absolut, nein, es ist auch generell, man hat ja auch schon so Alarmsignale, es zieht sich ja oft sehr schleichend, aber man kann schon auch sehen, ja gut, wenn man sich dann die Sachen nicht mehr so gut merken kann oder wenn man im Gespräch nicht mehr so gut folgen kann oder vergessen hat, was man sagen möchte oder es immer wieder passiert und man einfach sieht, das Gehirn ist einfach überlastet, dann sollte man sich nicht noch die nächste Woche voll zupacken mit Terminen, sondern halt ein bisschen runtergehen und schauen, ob sich das dann eh selber erholt oder ob man noch mehr Erholung braucht. Ja, also sehr auch auf sich hören und die besten Unternehmer, die ich kennengelernt habe, sind sehr spirituelle Menschen eigentlich schon fast. Die haben sich sehr viel mit sich selbst auch beschäftigt und mit dem, was sie erreichen wollen im Leben und was ihre Mission quasi ist im Leben und haben auch die ärgsten Sachen durchleben müssen. Also oft ist es schon fast obligatorisch, dass man den einen oder anderen Zusammenbruch hat, weil das macht einen natürlich auch stärker, wenn man weiß, dass man ist auch dadurch durchgegangen und hat überlebt und kann weitermachen. Ja, ich glaube, nur dann kannst du mit deinen Mitarbeitern oder deinen Mitmenschen auf dem Level reden, das es braucht, um Hilfestellung geben zu können, wenn du es selber erlebt hast. Also von Tiefen zu reden, wenn du selber nie Tiefs erlebt hast oder von Höhen zu fantasieren, wenn man sie nicht kennt, ist es fast Hochschlag, glaube ich, muss ich sagen. Finde ich auch, machen viele, ja. Benjamin, wir können ewig weiter plaudern, aber jetzt kommt die letzte Frage. Du brauchst keine konkrete Zahl zu nennen, aber finanziell haben wir noch gar nicht darüber geredet. Was machst du mit deinem Geld? Was ist deine Anlagestrategie? Privat oder mit deinen Firmen? Suchst du dir aus? Ich finde die ganzen Trends heutzutage sehr gefährlich. NFTs, diese ganzen Shitcoins. Habe ich schon oft auf Instagram gesagt, die Firma in Dubai, es gibt nichts Dümmeres. Da könnte ich dir eigentlich so einen Hals. Wenn jemand herkommt und sagt, ich grüne Dubai eine Firma, steht ihr in seiner Instagram-Bio Dubai, weil es ist so dermaßen blöd und es kommt so zurück vom Finanzamt. Es gibt Steuerverein. Also das ist so dermaßen brandgefährlich. Und ich kann nur wirklich jedem raten, auch was ich halt sehe mit der heutigen Generation oder generell diese Narzissten und dieses Zuschaufstellen und diese Prahlerei und diese mit Face-App und Tune und weiß nicht bearbeiteten Bilder. und dieses nach außen hin, der gelieste Mercedes und der gelieste, weiß ich nicht, die ausgeborgte Rolex. Ich finde das so dermaßen peinlich und schade um die Talente. Und ich hoffe, dass da die nächste Generation damit besser umgehen kann mit Social Media und so weiter. Diese Prahlerei und dieses Hergezeige, das finde ich so schlimm. Und ich halte mich da generell immer gern bedeckt, weil es ist eben Privatsache. Und ob ich jetzt in Bitcoin investiere oder in Wohnungen oder mit Grundstücke kaufe oder was immer. Oder in Rennrädern mein Geld umwandle. Ist eigentlich total egal. Ich bin immer, aber dennoch, mein Tipp ist immer so konservativ wie möglich zu denken, besonders in den heutigen Zeiten. Und was mich auch sehr aufregt, sind diese Finanzsekten. Team Alpha zum Beispiel oder diese ganzen Schneeballsysteme, wo die Leute wirklich denken, sie sind Unternehmer. Sind sie nicht. Die werden ausgebeutet und am Ende ist es ein Schneeballsystem, was zusammenbrechen wird. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Also ich finde es auch schlimm, dass darüber die Medien eigentlich fast gar nicht berichten. Wie viele Hallen ausgefüllt werden und dann irgendwelche Leute vom Reichtum erzählen und so weiter. Es ist totale Ausnutzung von jungen Menschen, die da ihr Geld investieren in Kurse oder Geld investieren müssen und so weiter. Kann es ja nicht sein. Und das sehe ich auch sehr, sehr oft auf Instagram und schreibe auch die Leute dann direkt an und sage, du weißt, warum machst du das oder was kriegst du davon und zahlst du dem vielleicht Geld monatlich, dass du dabei bist. Ja, zahlen alle Geld, logischerweise. Irgendwer muss ja auch Geld verdienen bei dem System. Und das finde ich auch brandgefährlich. Stimme ich dir zu. Also davor sagt der Konsumentenverbraucherschutz total. Total, ja. Und es wird so viel Schindluder getrieben. Die jungen Leute vor allem sind da Opfer der übelsten Machenschaften, vor allem auf Social Media, weil sie so schnell erreicht werden, so schnell beeindruckt werden und durch falsche Motivationen irgendwo ihr Geld oder das Geld von der Oma am besten irgendwo reinschießen. stimme ich dir zu, muss aber im gleichen Atem zu sagen, es ist traurig, dass wir überhaupt darüber reden müssen. Ja. Und es ist traurig, dass ich durch unseren Appell oder unseren Statement hier auch leider nichts ändern werde. Ja, das stimmt. Gut. Benjamin, gibt es von deiner Seite noch ein Statement, irgendein Thema, das dir abgeht, etwas, das du loswerden möchtest, bevor wir uns von unseren Zuschauern auf Dreisart verabschieden und zu unserem World Grab kommen? Ich finde total wichtig, dass mehr Leute gründen und ich finde total wichtig, dass klargemacht wird, dass ein Doktortitel oder eine Matura oder was auch immer null Wert hat, wenn du dann nicht das tust, was du wirklich liebst. Null. Es gibt Leute, die verkaufen Eis, sind total glücklich. Und dann gibt es Leute, die sind Anwälte in der Anwaltskanzlei und sind total traurig und in Depression und müssen Psychopharmaka nehmen am Ende. Ich glaube, es ist besser, fünf Jahre darüber nachzudenken, was man wirklich machen möchte, als fünf Jahre lang irgendwo zu arbeiten. Das ist meine Überzeugung. Man sollte immer schauen, dass man versucht, sich zu überlegen, was man wirklich will. Und wenn das sich oft ändert, ist es auch nicht schlecht. Weil es führt später mal zu dem, was man wirklich werden möchte oder sein möchte. Du hast ja auch schon ein Unternehmen gegründet und so weiter. Du weißt ja, wie das dann ist, wenn man im Nachhinein denkt, ah, deswegen ist das so und so gekommen überhaupt. Und wenn du schon fast auf magische Art und Weise sich alles fügt oder eben auch gar nichts geht, wo man eben in die Wand läuft, hat das schon alles seinen Grund. Und das ist mir wichtig und sonst ja, einfach machen, machen, machen. Schön. Also es ist, wie es ist und es ist gut, wie es ist. So ist es. Gut, an der Stelle unser Zuschauer auf Dreisat. Ihr geht zum Wetter und wir widmen uns noch einem Wordrap, der die meisten unserer Gäste überfordert. Aber ich würde sagen, legen wir einfach drauf los. Sobald ich zu reden aufhöre, ist es dein Auftrag, deinen Senf dazuzugeben. Bist du bereit? Ja. Zuerst philosophisch, dann Erfolg, Beruf, Geld und dann Sex und Liebe. Gut, Prinzipien und Werte. Paktas und Servander, Verträge sind einzuhalten, Handschlerqualität, Ehrlichkeit. Glück und Zufriedenheit bedeuten für dich? Viel Schlafen, gute Freundschaften, genug Erholung, Sport machen, Erfolg haben. Zwischenmenschlichkeit und das persönliche Umfeld? Sehr wichtig. Soziale Arbeit heißt? Etwas zu tun, ohne etwas dafür zu wollen. Schwenkt man weiter, finanzielle Intelligenz ist? Den größeren Kontext zu verstehen. Erfolg bedeutet für mich? Glücklich sein und wirtschaftliche Kennzahlen zu erreichen. Anerkennung und was andere von mir halten? Ist mir wurscht. Einsatz oder Talent? Einsatz. Generalismus oder Spezialismus? Spezialismus. Unternehmertum, Selbstständigkeit oder Angestellt sein? Alle drei, je nachdem, was du halt kannst. Lernen und Lehren bedeutet für mich? Ein ständiger Prozess. Auch die Fähigkeit, Empathie zu zeigen und sich in den anderen hinein zu versetzen und auf Augenhöhe zu kommunizieren. Investieren oder sparen? Investieren. Eine gute Bewerbung, wie sieht die aus? Authentisch. Ehrlich. Letzter Absatz. Liebe bedeutet für mich? Vertrauen, Respekt und Rückgrat und Mut zueinander zu stehen. Egal was ist. Und Sex bedeutet für mich? Kommt drauf an. Und ist der Mensch monogam oder polygam? Ich glaube, beide Formen haben Vor- und Nachteile. Je nachdem, welches Beziehungskonzept passt für die beiden oder für die drei. Benjamin, gratuliere, du hast es geschafft. Danke für die Einladung. Danke für den coolen Talk. Danke dir. War sehr spannend und interessant. Like, Follow, Abo, ihr wisst Bescheid. Wo kann man dich erreichen? LinkedIn, Instagram? Benjamin, Underline, Hardtickern.